3x2 Minuten sehr hart. Lauf auf der Stelle. Ihr seid warm, ganz wichtig, ihr habt euch warm gemacht. Und zwar die erste Übung. Ich zeige euch den Ablauf. Ihr geht hier tief, 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 kniegestützt. Komm hoch und hoch hoch. Erste Übung. 3x2 Minuten sind 2 Minuten Belastungszeit. Mit der Übung ist es hardcore. Da ist man wirklich durch. Gucken wie weit ich komme. Bereit? Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Let's go. Jetzt. So. Qualität. Boah, das ist hardcore. Boah, 1,5 Sekunden noch. 50 Sekunden. So. 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 Ah, die Beine. Ein noch. Sechste Sekunde Pause. Zwei Euro haben wir noch. Mit der Veränderung. Hört. Was ist hier los? Fünfte Sekunde. Ich zeige euch gleich die zweite Kombo. Von drei. Kurz. Luft. Uiuiui. Zwanzig Sekunden haben wir noch. Jetzt ohne Sprung. Dafür die Rückenmuskulatur mitnehmen. Lass du das ziehen. Halt, Arm vor. Hoch. Und dann. Hoch. Nach hinten. Arme vor. Drei. Zwei. Eins. Zwei Minuten. Die zweite. Jetzt. Jetzt. Noch drei Mal. Zwei Minuten. Hardcore. Das wird nicht. Halt, Verpfiff. Hindi. Ja. Ernst dich. Ernst dich. Krise, weiter, wie lange noch, zu lang, 50 Sekunden, die Arme sind sehr platt. Heftisch, ich muss schon in den Kniestand gehen, nach oben, 20 Sekunden, 3 Trafen noch, kaum 2 noch, nach oben, und dann 60 Sekunden Pause, ich bin durch, Luft, warm, und ich glaube, ich das erste Mal, dass ich hier mit dem Stream ein T-Shirt aussehe, ist zu warm, ist zu warm, und zu hart, dritte Runde, 2 Minuten, Wiederveränderung, gar nicht mehr nach oben kommen, Liegestütze, leg dich ab, Arme nach vorne hochwippen, drück dich nach oben, Plank, Plank und dann springst du mit den Füßen nach außen, nach innen, die ganze Front jetzt, Bauchmuskulatur, Brustmuskulatur, das heißt, du machst hier ein Liegestütz, tief hoch, tief, Arme vor, einmal hochwippen, Plank, hochdrücken, okay? 2 Minuten, aber dann geschafft, 3, 2, 1, jetzt, Liegestütze, tief hoch, tief ablegen, Arme nach vorne, hochwippen kurz mal, Plank, hochdrücken, hochdrücken, Liegestütz, 1, tief, Arme vor, hochdrücken, Plank, hochdrücken, Liegestütz, ablegen, Arme nach vorne, in die Plank, und hoch, Liegestütz, Ablegen, Arme nach oben, Plank, hochdrücken, Arme nach oben, Plank, und tief, streck die Arme, kurz wippen, Plank, Bauch anstrengen, Hut hoch, hoch, ein Liegestütz, yes, tief ablegen, Arme vor, Hut, Plank, hoch, hoch, Liegestütz, wenn noch einen drauf geben will, jetzt, Arme hier nach vorne, Plank, und dann die Füße, außen in, also außen in, ablegen, auch Liegestütz haben wir noch, tief gehen, vor, yes, in die Plank, Füße außen in, kommen noch 3 Runden, hochdrücken, hochdrücken, Plank, Liegestütz, leg dich ab, Arme vor, Plank, Füße außen in, noch ein extra, hochdrücken, komm, 2 Runden noch, Liegestütz, ablegen, vor, Plank, außen in die Füße, hochdrücken, eine Runde noch, Ablegen, vor, Plank, außen in, und geschafft, ah, die ganze Vordere Kette, ich bin durch, haut euch gut, und bis zum nächsten Mal, ciao.